Hallihallo, vorweg, ich rechne nicht damit, dass ich mit dem Video hier irgendjemanden erreiche, der mir helfen kann, aber ich wollte es wenigstens versucht haben, in der Hoffnung, dass mir doch jemand helfen kann. Um geht es, mein V-Ray Director und OBS sind nicht wirklich gute Freunde und ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich weiß nicht, wie ich es beheben kann. Wenn sich jemand bei euch mit Open Broadcaster-Studio und V-Ray und VC-Face-Studio auskennt, dann meldet euch bitte bei mir. Ich habe nämlich ein paar Probleme, die mich bei meinem aktuellen Hobby echt sehr stören. Ich werde jetzt auch, kleiner Reminder, ich ähm, ach nee, kleine Erinnerung heißt das, nee. Ähm, ja egal, ich sag's einfach jetzt so, ich werde jetzt 1, 2, 3 Videos hochladen, circa, wo mein V-Ray Director im Video absolut nicht gut funktioniert. Ähm, in manchen Spielen klappt das mit VC-Studio, bei manchen Spielen klappt das so gar nicht, die Spiele werden allesamt sehr flüssig aufgenommen, bloß mein V-Ray Director denkt sich so, ne, ich mach einfach den Harlem Shake und Freeze hin und wieder einfach. Ähm, er will nicht richtig aufgenommen werden. Ich weiß nicht, ob es an dem Programm an sich liegt, weil das Programm zu viel Leistung zieht oder ob es an falsche Einstellungen bei Open Broadcaster-Studio liegt. Aber wenn es da draußen jemanden gibt, der mir helfen kann, der, ähm, sich mit Open Broadcaster-Studio gut auskennt, der sich mit VC-Face auskennt und mir dabei helfen kann, dass meine Videos in Zukunft, ähm, nicht mehr so rum, äh, laggen mit meinem V-Ray Director, dann, äh, wäre ich euch sehr verbunden. Wenn das nicht funktioniert, dass ich V-Ray machen kann, also einen V-Tuber gerade darstellen kann quasi, dann werde ich wahrscheinlich alternativ einfach auf normale Let's Plays eventuell einfach stumpf mit einer Facecam zurückgreifen. Da bin ich mir aber noch unschlüssig. Wahrscheinlich werde ich, äh, normale Let's Plays machen. Äh, hin und wieder werde ich dann doch mal meinen V-Ray Director auspacken, wenn es um Spiele wie Fallgeist geht, wo das ja eigentlich funktioniert. Und bei Sachen wie Fallgeist kann ich sowas auch im Vorfeld testen. Bei anderen Spielen, die man nur einmal spielen kann und es ist nicht irgendwie darum geht, dass man mehrere Runden spielen kann, weil es halt sowas ist wie Fortnite oder Rocket League oder so, wo man das halt nicht testen kann. Weil man die Story, wenn's möglich geht, wenn's möglich ist, authentisch einmal das erste Mal spielen möchte und die, die Erfahrung mit den Zuschauern teilen möchte. Ich hab ein paar Spiele, die hab ich aufgenommen, die waren so Panne, ich hab die Aufnahmen wieder verworfen und hab die gelöscht und werd das Spiel auch nicht mehr Let's Playen, weil ich ganz genau weiß, was da drinnen passiert. Und, ähm, da hab ich halt nicht so viel Bock drauf, dass das passiert. Deswegen werde ich in Zukunft, wenn sich dieser Fehler hier nicht beheben lässt, wahrscheinlich keinen 3D-Avatar mehr haben. Ich werde darauf hinarbeiten, dass es irgendwann funktioniert, indem ich mir neue Hardware kaufe, aber dafür muss ich erstmal ansparen. Ja, der ist ein Wiesentheuer. Ja. Ansonsten, es verändert sich eigentlich nicht viel sonst, bis auf meinen 3D-Avatar, der eventuell nicht mehr zur Verfügung steht, wenn's nicht mehr funktionieren sollte. Aber ich hoffe, dass da halt jemand ist, der mir helfen kann. Ich verhaspel mich anscheinend gerade wieder, hab ich das Gefühl. So ein kleines bisschen. Naja, ihr wisst circa, was ich damit meine. Wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr ihn auch ruhig fragen, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben. Ähm, joa. That's it. Bye. Viel Spaß auf YouTube. Ciao. 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 Ciao.